Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2019. Wir starten heute mit einem, nein, auch nicht Testspiel eigentlich, das kommt gleich dran. Da geht's schon auf in die Liga und das ist hoffentlich alles sehr erfolgreich. Ich bin ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Ich habe über die letzten Tage, über Weihnachten und Neue absolut gar nichts gemacht in diesem Save. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wann ich hier zuletzt gespielt habe. Aber es müsste so am, boah, ich glaube 18. Dezember gewesen sein. Ich habe jetzt knapp zwei Wochen nicht in diesem Save gespielt. Also alles neu für mich und ein bisschen neu auch unser Logo. Ich habe mal die Wappen ausgetauscht jetzt. Ich hatte vorher noch das Alte drin, was dann ein bisschen geändert wurde in echt mit dem Gründungsdatum einfach nur. Und jetzt hat Portsmouth, also was heißt jetzt, also das Logo mit dem Gründungsdatum, was wir vorher hatten, also was wir nicht hatten, aber was wir dann hätten haben sollen. Oh Gott, es geht schon ja gut los. Das war eins von zwei offiziellen Logos. Ich habe mich extra schlau gemacht. Auf der Portsmouth-Seite steht das. Also das Ding hier, was hier ist, das ist anscheinend das, was Portsmouth jetzt als Repräsentation haben möchte. So habe ich das verstanden. Und das Innere hier, das normale Crest, was man vorher hatte, wir hatten das vorher auch nur und das Gründungsdatum hier, das kleine Minidatum hier, das ist anscheinend auf dem Trikot drauf und für so Special-Dinger. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass man dieses Wappen hier nehmen sollte für die Tabelle und sowas und für Merchandise und Shit. Und das kleine Ding hier drin ist dann auf dem Trikot drauf oder halt für so Special-Sachen. Und ich sollte vielleicht mal eine neue Thumbnail machen, dann nächste Folge vielleicht. Gut, wir haben ein paar Sachen, die neu sind und zwar erstmal die Aufstiegsquoten, die für uns nicht so ganz gut aussehen. Wer hätte es gedacht, wir sind auf dem drittletzten Platz mit einer 601er-Quote. Ist aber auch verständlich, weil wir sind nun mal halt Aufsteiger und haben jetzt viele Spieler verloren, sage ich mal. Auch wenn wir das natürlich wollten. Ich habe übrigens nochmal alle Spieler angeboten, die wir verkaufen wollten. Da kamen Angebote rein. Dazu komme ich gleich, falls die verkauft werden. Das sind momentan unsere Spieler, die sowohl registriert sind als auch eingeplant sind im Kader. Plus ihre Rückennummern. Da gab es einige, die sich geändert haben. Ich habe Rysothorn einfach mal schön die Eins gegeben, weil er ist ja momentan unser einziger Keeper. Also warum sollte er nicht die Eins bekommen? Und vielleicht wird er ja das sogar über die komplette Saison. Aber mal schauen, da wollen wir uns doch gar nicht festlegen. Sonst, das sind momentan unsere Rückennummern, die wir drin haben. Torschützenkönig. Quoten haben wir gar keinen drin. Wer hätte es gedacht? Pittman hat nochmal einen Antrag gestellt für den Wechsel, obwohl ich ihn gleichzeitig vorher schon eigentlich zum Verkauf angeboten habe und es sogar ein Angebot gab. Und Spieler der Saisonquoten sehen so aus. Auch hier kein Pompej-Spieler dabei. Aber dafür Schürrle. Naja, gut. Also es gab ein paar neue Spieler, die wir hochgeholt haben. Nicht fest, logischerweise, weil dann hätte ich die Folge schon damit beginnen müssen. Sondern per Probe. Und kann ich hier zufällig alle machen? Ach, guck mal. Gut, das ist aber nicht das, was ich so hin wollte. Ich habe mir ein paar Spieler per Probetraining geholt. Aber ich glaube, ich kann jetzt... Guck mal, wenn ich jetzt hier die langfristig gebundenen Spieler rausnehme. Dann sieht man die zu einem großen Teil. Also ein paar habe ich mir geholt. Wie Ben Amos oder... Heißt ja Ben Amos oder Ben Amos? Ich glaube, Amos, oder? Ich will mal nachschauen. Downing dabei, Webster. Also ein paar sind da vielleicht ganz interessant, die wir uns genauer anschauen müssen. Sind übrigens nicht alle, stelle ich gerade fest. Unter anderem habe ich hier noch Ben Ather geholt. Das wird wohl nichts, weil wir gar nicht mehr so viel Geld haben. Aber ich wollte mal gucken, wie er so ausschaut. Mittlerweile mit 32 Jahren. Letztes Jahr... 23 Spiele gemacht. Ich war gerade ein bisschen verwundert wegen 2020. Unser Geld sieht momentan so aus. Ich habe alles vom Scouting-Budget rüber geschoben, damit wir jetzt mal ein bisschen was haben. 21.800 sind es nur. Also das wird saueng. Deswegen, vor allem wenn man bedenkt, dass wir uns nur noch einen Spieler leihen können. Weil danke an denjenigen, der das in die Kommentare geschrieben hat. Ich weiß nicht, wann es mir aufgefallen wäre. Aber ich hoffe noch vorher. Und zwar, wir können ja auch hier in der Championship, anders als ich vermutet habe, auch trotzdem nur 5 Leihspieler maximal im Spieltagskader haben. Das habe ich nicht bedacht, weil ich nur auf die Regeln hier unten geachtet habe. Was zwar schön wäre, aber wenn man nicht auf die Spieltagsregeln achtet, dann hätte das sehr schief gehen können. Also danke an denjenigen, der es gesagt hat. Ich weiß nicht, wann es mir aufgefallen wäre. Ich hoffe früh genug. Aber jetzt ist es auf jeden Fall noch früh genug. Also danke, danke, danke. Und sonst müsste es eigentlich alles passen. Ich habe es mir noch ein paar x-mal durchgelesen eigentlich. Und auch bei der Kaderregistrierung ist mir eigentlich nichts aufgefallen, was jetzt großartig rausfallen dürfte. Von daher hoffe ich einfach mal, dass jetzt alles klappt. Ich meine, maximal 17 ausländische Spieler haben wir momentan. Nur 6 drinne. Mindestens 8 Spieler, die vor ihrem 21. Geburtstag mindestens 3 Jahre beim Verein oder in England ausgebildet wurden, haben wir 11. Maximal 25 Spieler haben momentan 17 registriert, weil wir die U23-Spieler nicht registrieren müssen. Mindestens 15 haben wir auch. Momentan 17. Und dann halt die Brexit-Regel mit den 8, 9, weshalb es wohl auch nicht dazu kommen wird, denke ich mal, dass wir Ben Ather verpflichten, weil er dann halt auch 8, 9 verdienen müsste. Und das wäre mir zu viel. Das wäre dann nicht so schön. Machen wir ein paar Tage nach vorne. Ach, vielleicht auch nicht, weil Nathan Thompson sich schon mal verletzt. Das ist dann nicht so toll. Trainingsplan angepasst habe ich die Taktik ein bisschen gerade so. Die Standards habe ich angepasst, weil wir jetzt gerade in dieser Woche auch noch Standards trainiert haben, was ganz wichtig sein wird wahrscheinlich dieses Jahr. Aber wir müssen uns so oder so wahrscheinlich noch ab und zu hinsetzen und die Taktik ein bisschen anpassen, gerade für die Championship, weil es schon schwer wird wahrscheinlich. Amalas Puppetraining endet jetzt hier am 28. Da werden wir wohl auch nichts machen, weil einfach durch die Brexit-Regel ist es wohl ein bisschen zu riskant, jetzt noch einen Spieler für viel Geld zu holen in Sachen Gehalt. Jugendspieler der Saison haben wir auch keinen drin. Na gut, wir sind halt... Was, Anguissa ist doch gar nicht so jung. 23 Jugendspieler ist er doch auch. Nee, also wirklich. Ja, ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass wir ein paar Aufsteiger sind. Und wir haben halt nicht mal so einen krassen Kader. Also für uns geht es jetzt erstmal ums Überleben. Und die komplette Saison über werden wir einfach nur scouten, scouten, scouten und uns dann halt für die nächste Saison richtig gute Spieler holen, um auf diesen Grundstein, den wir jetzt gelegt haben, schön aufzubauen. Weil die erste Saison ist immer die schwerste für mich, weil ich bin halt einjeniger, der, das habe ich schon so oft gesagt, nicht unbedingt von der Taktik gut spielen wird, sondern eher von dem Kader, den er sich zusammenbaut. Also wenn was gut bei mir ist, ist dann die Kaderzusammenstellung, weshalb ich da immer eigentlich ganz viel Hoffnung reinlege, dass ich da mal wieder ein gutes Händchen habe. Also Taktik gar nicht so oft. Ich meine, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen in der Hinsicht und ich kann auch Spiele schon so sehen von der Taktik her, würde ich behaupten. Aber das ist auf jeden Fall nicht mein bestes Attribut, wenn man es mal so sagen möchte. So, in fünf Tagen haben wir das Spiel gegen Falle. Ich würde sagen, bevor wir das Spiel haben, werden wir auch gar keinen holen. Einfach nur, weil die Knowledge dieser Probespiele auch gar nicht so krass sein dürfte bis dahin. Ich habe nur jetzt schon mal angefangen, weil, ach guck mal, Sessinion geht zu Liverpool. Was wird der wohl bringen? Also es wird auf jeden Fall unter 68 Millionen sein, weil die Transfers hier deutlich teurer waren. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube schon. Dann Brandt zu Bayern, Nendidi zu United. Ich sage 43 Millionen. Oh. Das ist aber richtig wenig eigentlich. 8,5 kann auf 28,5 steigen. Also da hätte ich jetzt deutlich, 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 deutlich mehr erwartet. Aber liegt vielleicht auch daran, dass voller mehr abgestiegen ist. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Aber wer weiß. Wer weiß. Ja, und die Probespiele einfach nur, weil wir dann am 28. zum einen halt ein Spiel machen können mit denen. Und zum anderen wissen wir wahrscheinlich dann schon fast alles von denen. So. Melton Key Dorns kriegt Pittman nicht per lei. Der soll verkauft werden. Angebot momentan nur von Southwood City. 100.000. Wir würden dann auch 100 Euro die Woche an Gehalt übernehmen. Ich glaube, anders geht es nicht, dass man die Altlasten los wird. Mannschaftspremien lassen wir so. Wobei ich jetzt auch mal ein bisschen runtergehen könnte, um mehr Transferbudget zu haben. Wir werden das. 900.000 mehr könnten wir holen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dann machen wir das mal. Weil gewinnen wären wir eh nichts. Dann sind die halt kurz mal stinkig, dass sie halt keine guten Prämien bekommen würden. Aber ganz ehrlich, wo sollen die bitte die Prämien gewinnen? Als ob wir die Liga gewinnen oder direkt aufsteigen oder den Pokal gewinnen. Das ist komplett unrealistisch dieses Jahr. Also, nee. Und so holen wir nochmal schön eine knappe Million rein und können uns dann damit die Spieler, die wir jetzt haben, auf jeden Fall leisten. Also, die wir holen wollen. Sagen wir es mal lieber so. Wir sollten vielleicht mal einen Blick aufwerfen auf die Kader-Tiefe. Fulham wird natürlich ein Riesen-Favorit werden. Hector werden wir auch nochmal verschieben. Das habe ich auch bei Hendry gemacht. Einfach nur, weil wir vorher mal kurz gucken möchten, was wir noch so holen können. Transferbudget sieht jetzt gut aus. Ja, würde ich schon sagen. Da können wir viel, viel machen. Definitiv können wir da viel machen, ja. Schön. Sehr schön. Dann gucken wir mal kurz. Der Team bericht übrigens, die Kader, das Mannschaftsgefüge sieht auch nicht so schlecht aus, dafür, dass wir jetzt so viel Neues schon geholt haben. Das zeige ich euch aber erst, wenn wir durch sind mit der Kaderplanung. Also, am liebsten möchte ich mir noch einen auf links und rechts holen, weil wir schon sehr oft wahrscheinlich 4-2-3-1 spielen werden. Ich glaube, so gut, dass wir die ganze Zeit 4-3-4-3 spielen können, sind wir noch nicht. Ein Innenverteidiger wäre noch ganz schön, ist jetzt aber nicht das größte Muss. Und ein Keeper wahrscheinlich noch, weil ich vertraue Thorne eigentlich schon. Sehr eigentlich. Aber ich habe ein bisschen Angst. Also, ich möchte jetzt nicht gerne noch einen 16-jährigen Keeper dahin klatschen, dann spielen wir mit zwei 16-Jährigen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch oder zu viel des Guten. Und Ben Amos dann zu holen, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Aber erst mal die Flügelspieler. Und vielleicht auch ein Stimmer. Ein Stimmer wäre auch nicht so schlecht, aber da habe ich jetzt gar keinen geholt. Hätte ich vielleicht noch machen sollen. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich will jetzt auch nicht zu viel holen, weil dann haben wir wieder Altlasten. Weil, ihr könnt euch ja sicher sein, dass so ein, boah, ja, sagen wir mal, Lee Brown, dann halt nicht wirklich noch nächstes Jahr bei uns spielen wird. Weil dann haben wir mittlerweile irgendwann schon richtig, richtig gute Spieler. Oder Spieler mit viel Potenzial und da brauchen wir Lee Brown wahrscheinlich gar nicht mehr. Übrigens, so sieht es momentan aus. Also eigentlich ganz in Ordnung. Weil wir halt auch die Führungsspieler nicht verloren haben, die relevant waren. Na gut. Vielleicht sollte ich mich doch noch um den Stimmer kümmern. Weil wenn ich halt 3-4-3 spiele, dann sind beide schon mehr in diesem System drin. Wir haben da nicht mal mal ein, was Fuller möchte echt Schub und Mutting haben. Wo ist denn Erik eigentlich hin? Maxim? Hat er seinen Erik abgelegt etwa? Ja, das wäre lustig. Ja, wir könnten mal kurz gucken nach dem Stimmer, ne? Lieber jetzt noch mal kurz machen, bevor wir BS machen. Haben nämlich einige, die da... Ach guck mal, KK kann das auch spielen. Matthau ist nicht, aber Gary Hooper, der von Celtic, nehme ich an, damals. Ja. Wäre möglich. Es muss ja auch nur ein Backup sein, ne? Es muss gar nichts krasses sein. Komm, nehmen wir die noch mal auf Probetraining-Basis und gucken dann einfach mal, ob da vielleicht noch was Gutes bei rauskommt. Für das Spiel jetzt gleich gegen Falle werden wir 3-4-3 spielen. Wie es dann bei dem ersten Spiel gegen Reading aussehen wird, keine Ahnung. Da müssen wir uns das vorher mal genauer anschauen. So, Gary Hooper kommt auch. Bin gespannt, wie die beiden so ausschauen werden. Ich hoffe ja eigentlich, dass einer davon wenigstens auch ansatzweise ein bisschen schnell ist. Sterling wechselt zum Arsenal für 66 Millionen. Willinkovic-Savic zu Liverpool. Luca Hernandez zu Paris. Nicht schlecht. Teure, 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 teure Clubs. Ach, komm. Adam May möchte bei uns bleiben, hat Mansfield und Axelor abgesagt. Das ist sehr schade, weil ich ihn gerne loswerden möchte. Der wird sonst nur versauern, ne? Junge, überleg dir's dir. Überleg's dir wirklich sehr, sehr gut. Ich werd dich nicht gebrauchen können. Obwohl ich aber sagen muss, wenn jetzt die Transferphase bald zu Ende ist, allzu lange dürfte das auch nicht mehr dauern, ne? 8. August oder so? Dann werden die Spieler, die nicht für die U19-Spiel berechtigt werden, weil sie zu alt sind, dann auch in den richtigen Kader reingepackt. Einfach nur, weil's sonst dumm wäre, nicht ein bisschen für die Kader-Tiefe zu machen, ne? Auch Louis Dennis möchte nicht zu Forest Green Rovers gehen, was ebenfalls sehr, sehr schade ist. Dafür geht Pitman, haben wir grad gesehen. Noch kurz. Komm schon, Louis Dennis, geh bitte einfach. So Pitman geht, das bringt uns auch ein bisschen, weil er 8.000 verdient hat. Ja, 8.25 sogar. Ach, wir könnten Adam May auch noch verleihen für das komplette Gehalt wäre das natürlich super, dann machen wir das auch nochmal oder nehmen's an. So, und Brad Pitman geht's zu Southward City. Immerhin ist der weg. Burgess ist traurig, deswegen, das ist mir aber egal. So, zeig mal kurz her, wann ist denn die Deadline? Am 8. August 17 Uhr. Na gut, allzuviel haben wir also nicht mehr, müssen heute alles fertig kriegen. Aber ich sehe uns auf einem guten Weg, sehr guten Weg sogar. Einfach jetzt schauen, was gegen Foley so abgeht und dann zwischen Foley und Reading werden wir alles holen, was wir holen müssen. Jack Henry werden wir auch nochmal verschieben. Evans hat sich verletzt, genauso wie Tom Bruce. Oh, ouchi. 9 Wochen wegen einer ausgekugelten Schulter. Ei, ei, ei. Evans 3 bis 4 Wochen wegen Muskelfaser. Das ist auch nicht so schön, aber da haben wir, glaube ich, genug, die das spielen können. Im schlimmsten Falle könnte auch noch Sabiri das spielen. Wobei Salih Ucsa natürlich eh das ist das meiste spielen wird, wahrscheinlich, auf der 10. So, Wittingham geht zu Burton Albion. Das ist sehr, sehr schön, weil ihn können wir auch überhaupt nicht mehr gebrauchen. zumal wir im 3-4-3 auch deutlich mehr Dynamik brauchen auf den beiden ZM-Positionen. Bye-bye. 48er Scouting-Empfehlung hätte er nur noch gehabt jetzt. Mitarbeiter habe ich übrigens weiterhin nicht gemacht, weil ich faul bin und er absolut keine Lust mehr hatte, jetzt irgendwas zu machen. Birmingham City möchte Ben Amos haben. Das ist nicht so schön, weil wir uns erst jetzt ein Bild von ihm machen können und Birmingham wohl den besseren Namen hat als wir, nachdem sie schon ein bisschen länger in der Liga spielen. Oh, ich bin sorry, wenn meine Stimme ein bisschen scheiße klingt. Es war vielleicht eine lange Nacht. Vielleicht auch lange Nächte zuletzt. so sehr dem Amala geht leider jetzt schon, aber wäre eh unmöglich gewesen, ihn zu holen, wahrscheinlich wegen der Brexit-Regel. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe ihn im Schnauf gestellt. Aber ich nehme noch Gary Hooper mit für Kamara. Damit wir noch ein bisschen mehr wissen von ihm. Und Matty Taylor. Ne, Matty Taylor nicht erst mal. Dann spielen wir jetzt gleich mit Amos, Downing, Webster und KK als Probespieler, damit wir mehr von ihnen wissen. Und werden wohl Hooper, Harris und vielleicht Blacker Taylor reinbringen. Dann mal los. Habe ich eigentlich In-Game-Sound an? Das ist auch mal wieder eine gute Frage nach zwei Wochen. Ja. Sehr schön. Unser Gegner heute spielt 4-3-3. Bin gespannt. Jungs, pushen, ne? Habt Spaß. Und ich will was sehen. Zuletzt halt, im letzten Testspiel gegen City. Ich fand das weiterhin eigentlich ganz gut. Ich habe es mir am Ende nochmal angeschaut, so die einzelnen Sachen. Ah, Komponucci. Sehr schön. Und ich muss sagen, ich habe uns schon sehr gut gefunden. Also, es hat mir Spaß gemacht, das zu sehen. Klar, es ist ja da und da mal besser sein können, aber es war halt immer noch fucking City, ne? Also, das ist jetzt halt nicht ohne. Oh, das gibt Elfmeter, Lee Brown mit denen ausführen. Was ich jetzt übrigens noch nicht gemacht habe an den Standards, ich habe zwar die ganzen Routinen eingestellt, aber die ganzen Spieler, die die ausführen, habe ich noch nicht reingemacht, weil da wollte ich jetzt erstmal abwarten, wie der Kader dann endgültig aussieht. Das ist aber auch nur das Kleinste dann, finde ich. ob jetzt nun halt ein Rechtsfuß mit 13 Ecken oder ein Rechtsfuß mit 14 Ecken die Ecke schießt, ich glaube, so viel Unterschied ist da nicht. Das kommt dann nur darauf an, ob die Größe in der Mitte stimmt, gerade so bei Ecken. Weil, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen 1,76 Stürmer da drin, der kann dann kurz ein bisschen außerhalb des 16ers warten und dafür können dann lieber einen 1,82 ZM dahin. Also, damit ihr versteht, was ich meine. haben wir auch nicht. So, 3-0 nach 25 Minuten sieht sehr gut aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo es vorliegt spielt. Ich glaube, das ist einfach nur ein Klub aus der näheren Umgebung, damit wir nochmal ein bisschen positive Moral bekommen vor dem Ligaauftakt gegen Reading. Thompson in die Mitte, aber KK leider an die Latte. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch sehr zufrieden mit dieser Taktik eigentlich. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz weiß, ist halt, wie wir das mit dem zentralen Innenverteidiger machen, weil ich würde ihn gerne doch noch ein bisschen weiter vorziehen, aber ich glaube, gegen, oh, schade, oh, schade, gegen wirklich richtig starke Teams oder sagen wir mal Teams, die konterstark sind. Sagen wir es mir lieber so, ich weiß nicht, ob das so klappt, weil irgendwo würde ich dann schon noch eine gewisse defensive Grundstruktur haben und wenn ich dann wirklich mit zwei Außenverteidigern spiele, die wirklich sehr hoch stehen, die dann halt ja schon eine 3-4-3-Linie bieten, oh, sowas meine ich eigentlich. Wenn da jetzt der eine Innenverteidiger fehlt und der Stürmer besser startet und der Ball halt ein bisschen kürzer kommt, habe ich dann riesige Probleme oder schaffen meine beiden Innenverteidiger, die hinten geblieben sind, das dann besser oder schaffen die es überhaupt das Ding schön zu klären. Weil wenn ich jetzt nämlich hier noch einen Spieler hätte und zwar genau hier, dann könnten die, könnte hier zum Beispiel der 7er und der 8er, sprich unser Deep-Line-Playmaker und der Misala, könnten halt schön viel Freiraum bekommen. War das so, Jungs? Ach, Thompson hat sich ein bisschen verletzt, den werden wir mal auswechseln. Nehmen wir mal Black-It-Tailer rein, das muss er auch spielen können ab und zu mal. Und Hooper kommt rein für Curtis. Wenn halt wirklich hier jetzt einer steht, ne, dann ich stelle es mir vor, dass es halt wirklich kompakt ist weiterhin und dass man trotzdem immer noch einen Spieler hätte, der dann offensiv was machen könnte, weil wenn der 4er jetzt hier, der zentrale Innenverteidiger, dann selbst mal läuft, dann kann der 7er vielleicht hier hingehen und der 11er, was ja eigentlich der 10er ist, Salihuchan dann, könnte zum Beispiel schön in ein Sturmzentrum gehen. Das soll ja alles schön dynamisch sein und es soll halt ja, unberechenbar sein für den Gegner. Nur es soll halt auch nicht unberechenbar für uns sein, nicht, dass ich dann halt wirklich nur noch lange Bälle kassiere und die zwei Innenverteidiger schaffen das denn nicht. aber die Frage ist dann halt oder meine logische Frage im Kopf ist dann halt was ist denn der große Unterschied wenn ich ein 4-4-2 spiele, mein Mittelfeld komplett aufrückt und meine beiden Außenverteidiger aufrücken im Gegensatz zu dem wenn ich Dreierkette hinten spiele und einer meiner Innenverteidiger aufrückt. Ist es dann so ein großer Unterschied weil im Endeffekt bleiben zwei Innenverteidiger übrig hinten die für den langen Ball vom Gegner dann zuständig sind. Genauso stelle ich mir das vor weil warum sollte das ein großes Problem sein? Das Problem jetzt an sich ist einfach nur wer sollen spielerischen gut spielerischen Part der Innenverteidigung bei uns bitte einnehmen weil wir haben keinen Spieler der Innenverteidiger ist und der über 15 passen na gut 15 passen ist ein bisschen zu viel wahrscheinlich der so 14 13 passen hat der vielleicht auch gute Distanzschüsse besitzt sowas halt ich mach mir halt ein bisschen viel Gedanken darüber und mach momentan einfach nichts in der Hinsicht weil ich Schiss habe dass es komplett schief geht vor allem möchte ich jetzt erstmal wahrscheinlich abwarten wie die Dreierkette sich in der Liga so beweist ich glaube gegen Reading werden wir höchstwahrscheinlich erstmal 4-2-1 spielen einfach nur weil es sicher ist kommt aber darauf an wie deren Vorbereitung aussah und wie wichtig bei den Konter und so weiter sind Jungs das war gut vielleicht ein bisschen wenig nachdem man nach 25 Minuten schon 3-0 geführt hat aber gut Nathan hat sich für 6-8 Tage verletzt dürfte fit werden für Reading was in 6 Tagen ist und wie haben sich denn die Probespieler so bewiesen wissen wir da jetzt mittlerweile mehr Ben Arfa wüssten wir alles das ist gut Webster wüssten wir auch alles aber ich glaube bei Hooper noch nicht oder nein ok dann würde ich sagen gucken wir uns jetzt mal alle Spieler an die auf dem Flügel zu Hause sind bei uns Probespieler logischerweise da haben wir KK Harris Blackett Taylor McManaman Jaddy und Ben Arfa bei Jaddy und Ben Arfa ist es halt so dass beide 8-9 mindestens verdienen müssten und bei Blackett ist es so dass wir da noch Ablöse zahlen müssten 10 Determination ist schon mal nicht so schön aber KK hat mir eben eigentlich gefallen und er sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus kann auf beiden Flügeln spielen ist inverser Außenstürmer hat schöne PPMs auf jeden Fall für die meisten League One Vereine ein Starspieler naja gut da gehen wir mal nicht so viel drauf weil wir hatten noch ein bisschen Potenzial wie alt ist er denn 23 das ist eigentlich locker in Ordnung kommt er war bei Palace mal Charlton war hat sie nicht so ganz geschafft bei Palace Charlton war ja auch nicht so stark anscheinend ein bisschen egozentrisch ja passiert mal schwacher Fuß ist nicht so geil Birmingham ist auch noch interessiert McManaman kann auch bei den Flügeln spielen Determination ist auch hier gut und Harris nicht mehr ganz so gut 26 also auch der älteste wahrscheinlich wobei McManaman ist ein bisschen ne doch ist ein bisschen älter aber der KK hat es mir irgendwie angetan ich finde ihn ganz gut mal schauen was er haben möchte 4 3 bis 6 7 das wäre in Ordnung eigentlich mal schauen ob wir ihn runter gehandelt bekommen ich auch wenn wir jetzt ein bisschen Geld bekommen haben durch die Mannschaft Prämien allzu ausreizen müssen wir das hier nun auch nicht das wäre nicht ganz so schön zumal wir uns auch einige Spieler holen möchten innerhalb der Saison kriegst nichts beim Weiterverkauf und auch keine Gehaltssteigerung pro Jahr wenn wir aufsteigen in die höchste Liga kriegst du 40% mehr Ersatzspielerprämie können wir ruhig mal hochklatschen Torprämie machen wir auf 2000 dafür hier runter Klassenerhalt gar nicht so viel am besten weil den werden wir schaffen ansonsten bin ich eh weg Team des Jahres können wir noch reinhauen und dann schauen wir mal was er dazu sagt ob er das gut findet wir sind 3200 runtergegangen beim Gehalt er geht sofort auf Orange ich hasse das es war ein bisschen wenig gebe ich zu aber gleich auf Orange zu gehen ist ein bisschen schade na gut ich denke mit 7,5 könnt ihr leben gehen wir mal hier auf 130 hier auf 160 leider viel zu viel schon wieder hier gehen wir ein bisschen hoch das hier kann man eigentlich auch ruhig hochklatschen der wird keine 15 Tore auf dem rechten Flügel auf dem linken Flügel machen glaube ich zumindest können wir noch was schönes reinklatschen was ihm imponieren würde was ihm halt sehr gefallen würde Torschützenkönig wirst du auch nicht werden deshalb 50.000 Länderspiele ja wirst du wahrscheinlich keine machen ich weiß gar nicht ob er noch eine andere Nationalität hat aber ich denke mal nicht Titel in der Championship komm kriegst du 25 ja machen wir mal 35.000 wenn der Klassenhalt schon 25.000 bringt ich glaube das könnte er annehmen wird aber eng glaube ich was sagt er wird nimmt er an sehr schön so einen bräuchten wir aber noch für die andere Seite da würden wir wahrscheinlich entweder Mac Man Man nehmen wie sah denn Jardy aus es geht eigentlich dann nehmen wir gleich Mac Man Man relativ ehrgeizig weil bei Black Taylor müssten wir halt Ablöse zahlen ich glaube als ich geguckt haben waren es irgendwie 150.000 Oh wollen nicht verkaufen Upsi Okay ich glaube das hat sich dann bei Black Taylor dann erledigt Mac Man Man oder Harris einer von beiden muss es werden damit wir eine gute Ausgelichenheit haben Wer könnte das am besten Beide ziemlich ähnlich eigentlich fast überall sehr nah beieinander Nervenstärke ist deutlich besser bei Mac Man Man auch der Mut aber sonst ist ja kaum Unterschied ne Harris wäre laut Co-Trainer sorry ist nicht Co-Trainer wäre laut Co-Trainer etwas besser als Mac Man auch als McKay im Übrigen muss ich von der Verletzung erholen ich glaube bei Bayern dass sie nicht mehr viel Potenzial haben wenn ich sogar gar nichts mehr Harris ist halt schnell hat leichtes Steigerung Potenzial anders als bei Mac Man Was würde denn Harris haben wollen 11 bis 14 das wäre mir schon fast zu viel 6 bis 9 bei Mac Man wir gucken mal kurz also Mac Man Wären 8 hier und ich hoffe ich komme gleich wieder hin und bei Harris wären da wollen sie gar nichts sagen ich nehme Mac Man und dann versuchen wir so auf 6 zu gehen und ich hoffe dass er das dann annimmt das wäre super duper so auch hier will er wieder was haben wenn er 10 Saisontore macht ja gut wir haben ein bisschen mehr Spiele aber ich glaube wirklich nicht dass mein links außen oder rechts außen so viele Tore machen wird gerade so als Aufsteiger was danach ist mal schauen das ist immer so eine Sache auch hier nehmen wir mal ein bisschen Torprämie rein Klassenerhalt würde ich gerne hier jetzt nicht rein nehmen oder halt weniger als bei KK einfach nur weil sich das dann alles übereinander lappt das wäre nicht so toll ich glaube das würde er noch nicht entnehmen aber ich frage mal er würde gerade auf orange stehen da bin ich noch nicht irgendwie da fehlt noch was da fehlt noch was wo er sich denkt was ein geiles was ein geiles angebot guck mal wenn du Länderspiele hast und zwar eins ach ja war Nordirid kann das sein nö überhaupt nicht quatsch was man hier sagt er ist Everton Fan stand da nur wenn du ein Länderspiel machst kriegst 15.000 was sagst du dazu ach passt so ok man tag nach vorne gehen in verteidiger wäre noch schön und dann vielleicht amos ich glaube amos sollte ich schon anfangen der ist der beste keeper den man sich wahrscheinlich gerade holen kann für für ablöse frei und dann noch die stimme schon aber die brauchen noch einen tag so Ben amos wissen auch mittlerweile alles wie sieht er im vergleich zu thorn aus deutlich besser anscheinend ja gut wundert jetzt aber nicht wirklich nicht ich meine zwischen den lingen 13 jahre erfahrung mhm aber guck mal thorn ist schon besser beim halten was will er denn haben langzeit ziele teilnahmen in playoffs nächstes jahr ja von mir aus bestimmt schaffen wir das dann gucken wir gleich mal die stürmer an haben wir dann noch irgendwas bevor ich jetzt irgendjemand komplett übersehe die hinverteidiger habe ich gerade nicht bedacht die gucken wir uns an die stürmer jup in verteidiger ist halt gar nicht so wichtig weil da können wir uns immer noch jemanden leiden weil wir auch genug eigentlich noch in petto haben wir können uns ja entweder Henry oder Hector holen wobei die ja auch noch ein bisschen Geld fressen im Monat mal schauen erst mal was Amos haben möchte hoffentlich nicht zu viel ich befürchte aber ehrlich gesagt schon fast dass er zu viel haben möchte Kapitäne bleiben gleich mit Lee Brown und Nathan Thompson und ich würde sagen da müssen wir nichts machen zumal es auch nur für Unruhe sorgen würde ich ich sehe da jetzt nicht wirklich ein dass man da was machen müsste Matty Taylor oder Gary Hooper mittlerweile wissen wir da alles und Hooper noch nicht geht eigentlich 9000 geht eigentlich wirklich klar ja komm probieren wir es so auf 7000 zu machen das wäre ideal aber ich gehe lieber erst mal gleich ein bisschen hoch weil ich hier beim Handgeld und bei der Berater Gebühr gerne etwas runter gehen möchte das ist schon mehr so viel Geld müssen aufpassen vielleicht muss ich doch viel viel mehr mit Prämien arbeiten also noch mehr als ohnehin schon 1 2 hier 50% wenn wir aufsteigen in die Premier League bei Abstieg darfst du Ablöse freigehen Team des Jahres kriegst du auch noch rein und zwar 42.000 ich habe glaube ich seit Jahrhunderten keinen Spieler mehr kein Keeper mehr von mir in der Jahreself gehabt also ist ist eigentlich sehr unwahrscheinlich dass er das erreichen wird 6.000 ich würde sehr sehr gerne auf den 6.000 bleiben ja doch 60.000 kurz auseinander durcheinander gekommen jetzt komplett ja meine fresse ach aber er möchte nicht dann gehen wir mal auf 6.2 und hier auf 80.000 Auflaufprämie kann er ruhig so bleiben sehr schön das wären jetzt äh Mike Manaman 5 12 19 oh wir haben ja noch ein bisschen Transferbudget zum Glück also zwei Spieler zwei Spieler gehen noch und das muss der Stürmer sein der nicht so viel kosten darf und der Innenverteidiger der nicht so viel kosten darf es wird sau eng glaube ich oder ich leime den Innenverteidiger was wohl halt billiger wäre ist die Frage wir hätten hier Hector der kann ich das irgendwie nochmal genauer sehen 24 5 pro Monat also Henry würde schon mal deutlich mehr kosten den nehmen wir mal weg 24 im Monat das geht immer nach 4 Wochen nehme ich an 24 auch 6000 ungefähr also entweder zahle ich hier 6000 oder der Innenverteidiger den wir haben der kostet weniger und da habe ich so das Gefühl dass das nicht der Fall sein wird entweder Downing oder Webster der Kresic sieht super gut aus aber den müssten wir mindestens 9000 zahlen wegen den Brexit Regeln 5000 möchte nur haben der Byron Webster und Downing 10 haben die beide ernsthaft den gleichen Berater schaut nicht so schlecht aus aber könnte nur zentral spielen passen ist auch nicht so schlecht wie ich erwartet habe übersicht 3 dann schon die Termination könnte auch besser sein für sein Alter die sieht aber bei Downing auch nicht viel besser aus also Webster würde wahrscheinlich weniger kosten als als Hector aber wichtiger ist für dann erstmal der Stürmer weil Innenverteidiger ach boah das ist alles so eng mit dem Geld am liebsten würde ich anfragen ob ich mehr Geld bekomme aber das ist glaube ich momentan nicht realistisch Amos muss übrigens auch erstmal kommen wenn Birmingham ein Angebot gemacht hat so ist es ja nicht also gehen wir mal davon aus dass wir uns wohl Webster holen aber wer vorne Matty Taylor oder Gary Hooper von dem wir immer noch nicht alles wissen aber das sind zum Glück noch so die nicht relevanten Werte mal vergleichen mit Taylor beide nicht mehr die schnellsten aber beide exakt gleich schnell und auch exakt gleich groß und wegen fast genau das gleiche beide Rechtsfuß boah das ist ja fast exakt auf einem Niveau nur der Mut ist bei Taylor besser ich kann mir gut vorstellen dass Gary Hooper mehr Geld haben möchte als Matty Taylor ich würde sagen wir fragen einfach mal an Gary Hooper zuletzt bei Sheffield möchte 12-5 und Matty Taylor möchte 11 ach die wollen ja beide fast gleich viel Vorstand please irgendwie Geld wir könnten selbst das wird nicht helfen aber wir haben noch ein paar Abgänge das könnte vielleicht helfen aber ich glaube nicht dass wir da über 6000 mehr Gehaltsbudget bekommen na was mache ich jetzt ich glaube ich warte erstmal jetzt ab bis die 3,9 kommen hoffe ich zumindest dass sie alle kommen und dann schauen wir noch mal was für Budgets uns dann zur Verfügung stehen aber das ist wirklich jetzt gerade letzte Rille mit dem Geld also wirklich allerletzte Rille stellt euch mal vor wir hätten das mit den Prämien nicht gemacht wir hätten absolut kein Geld mehr so Adam May oh ne ich mach bestimmt nicht 1,5 des Gehalts übernehmen das könnt ihr euch sowas von sparen unser Probespieler hat erstmal schön Trainerlehrgang absolviert könnte aber ein guter Trainer werden gerade so für die taktische Verteidigung wenn er sich da noch ein bisschen pusht dann hätten wir da schon guten Coach den wir übernehmen könnten das wäre ja lustig aber erstmal möchte ich einen guten Spieler haben aber das könnt vielleicht reinspielen bei Webster die Spannung steigt ja definitiv Scoutingberichte sind momentan nicht das was uns Spannung gibt weil da können wir uns nichts leisten bis zum 8. August haben wir noch Zeit so McManaman kommt 5,5 gehen da schon mal weg wir dürfen ja nicht vergessen dass die scheiß Handgelder auch noch weggehen so dann kommt was wollen wir mit den Burgess haben warum wir Pitman erlaubt haben den Verein zu verlassen ja weil das scheiße war Lee Brown redet mit ihm und hat Burgess umgestimmt nicht schlecht dankeschön so McManaman rein in die Kaderregistrierung die momentan noch voller Filter ist wo ist er McManaman hier kann auf beiden Seiten spielen das ist sehr gut sag mal hallo bitte oder ich gehe auf letzte Rille also auf Lizerelle in Sachen Kader dann noch mal und sage dann dass KK auch als Stürmer eingeplant ist so McManaman wäre dann höchstwahrscheinlich auf der rechten Seite und hier dann KK und der sollte dann noch ab und zu Stürmer spielen damit wir uns das sparen können hm und dann Webster holen und dann sollte das eigentlich vom Geld her fix sein und ich glaube so mache ich das weil ich da am besten das Gefühl habe so Byron Webster und komm wir sind mal runter gegangen vielleicht kriegen wir es ja so auf 3,5 das wäre richtig richtig gut viel Geld möchte er nicht haben was sehr sehr schön für uns ist Auflaufprämie können wir ruhig ein bisschen höher machen auf 2.000 ohne Gegentorprämie auch 2.000 Ersatzspielerprämie runter und in Höchster Liga kriegst du 50% mehr deswegen gehe ich auch hier nochmal auf 2,6 nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe aber wir kommen der Sache glaube ich sehr sehr nah ich möchte es unter 3,5 halten auf jeden Fall aber auch beim Handgeld nicht so viel machen aha ok gehen wir auf die 42.000 gehen 3,2 beim Gehalt sehr schön das würde perfekt sein eigentlich ich hoffe das klappt vom Geld in meinem Kopf in dieser kleinen Mini-Rechnung die ich gemacht habe die ganze Zeit nebenbei die absolut nicht akkurat ist sieht es gut aus aber Amos geht zu Birmingham City also hat sich das jetzt eher das mal ledigt scheiße ich habe nicht mehr viele Tage Zeit für einen Keeper scheiße so ein Mist Jet Steer ist noch drin aber der möchte auch viel Geld haben oder da leihen wir uns ein ich glaube er leihen wir uns da ein am besten für nix Hektor kommt da jetzt eh nicht warum kenne ich absolut gar keine Keeper die man nach so leihen könnte wegen dem Vertragsstatus ich glaube das würde Sinn machen oder wir hätten am meisten Marktwert Radonovic ja gut sollte schon einer aus England sein wegen der Arbeitserlaubnis wahrscheinlich Joel Pereira hier müssten wir 8-2 zahlen ich möchte nichts zahlen beim Gehalt kann ich das irgendwo einstellen ich denke mal oder man kann alles im FM einstellen dann machen wir kurz hier Scouting rein was ich nicht benutze und wir gucken uns mal an Scouting müsste das sein nein Vertrag nee oh wo war denn das Transfer dann wahrscheinlich ne und dann die geschätzte wo ist das denn was ich jetzt suche huch versteckt ist es nicht was gibt es denn hier eigentlich so das haben sie nicht übersetzt okay nee das ist Unsinn was ich hier suche ich suche anders ich suche nämlich wirklich die geschätzte aber es ist eigentlich im Prinzip das gleiche oder geschätzte Summe der Laie ich bin mir ziemlich sicher dass es irgendwo ist ah aber das ist nicht das ist nur Transfer ne ich glaube das ist nur vom Spieler leider also nützt das gar nichts ja gut dann vergiss vergiss es müssen wir alle mal durchklicken ne Kontos Dahlberg wie das war es schon echt mit den Millionen Spielern okay es muss einer aus der Premier League sein einfach nur wegen dem wegen der Arbeitserlaubnis oder muss ich das übernehmen damit die überhaupt spielen dürfen ne weil hier müsste es dann 3-3 sein aber muss ich dann die 3-3 zahlen oder kann ich dann einfach sagen übernimmt mal ruhig oder ist alles so schwer schon Pontos Dahlberg Quadford 1-7 werden es hier aber ich glaube der wird dann nicht spielberechtigt sein wegen den 3-3 hier wenn das schon rot ist also müsste ich 100% übernehmen wenn ich den haben wollen würde hätte vielleicht auch eine Kaufoption reinklatschen sollen aber ich glaube nicht das interessant sein dürfte ach man Hector wird nicht kommen haben wir gerade festgestellt McManaman werden wir jetzt nicht vorstellen darauf habe ich keine Lust gleich ist Redding dran und wir sind hier noch voll im schaffen ich glaube das passt dann so auch die 3-3 von Dahlberg dürften anpassen ich habe ihn jetzt natürlich nicht gescoutet ich weiß nur dass er einen etwas größeren Namen hat irgendwann mal gutes Talent hatte also ist jetzt eine blinde verpflichtung einfach nur leider haben mir zu viel Zeit gelassen mit Ben Amos der dann natürlich nicht kam wie es sein musste kommen sollen jetzt halt Webster Dahlberg und KK und dann haben wir das eigentlich alles dann haben wir die Position auf links außen und im Sturm Zentrum gelöst wenn auch nicht perfekt und in der Innenverteidigung und auf der Torhüter Position und ich hoffe das Geld reicht so müssen wir uns mal um Redding kümmern dürfen wir nicht alles aus Acht lassen Redding zeig mal her wo ist die Analyse spielen gerne 4 1 4 1 wobei es eher aussieht wie ein 4 3 3 kommen viel über die Flügel weshalb sich das 3 4 3 schon fast erledigt hat zuletzt gegen den SV Horn nur 2 2 1 gespielt wobei Matthias Regal nur 92 das Tor gemacht hat ok dann hat sich das eigentlich schon erledigt mit dem 3 4 3 und wir spielen 4 2 3 1 gleich als erstes in dieser neuen Saison kriege ich vorher bitte noch eine Transfer Bestätigung gibt es sogar ein Angebot für Lokadier ab die wollen ja richtig schnell wieder aufsteigen KK kommt sogar noch sehr schön habe langsam Angst auf unser Budget zu schauen Webster dürfte nicht so viel weg nehmen aber ob es dann für Dahlberg noch reicht ich hoffe wie schlecht ich auch gearbeitet habe dass ich jetzt erst kurz vorher fertig geworden bin May geht da wird noch ein bisschen Gehalt frei Burgess sag mal Hallo zu KK beste Namen übrigens den registrieren wir auch gleich pass mal auf jetzt gleich irgendwie ein Fehler gemacht und dann können wir so nicht spielen wie ich es mir vorgestellt habe ich habe voll die schlimmer Vorahnung jetzt gleich vor dem ersten Spiel gegen Redding ich hoffe das passt alles Erinnerung an Evans Vertragsklausel dass sich der verlängert wenn er 10 Ligaspiele gemacht hat kurz mal gucken ok das ist easier als ich dachte 40.000 haben wir noch Dahlberg Webster dürfte easy passen hier gehen halt dann 6.000 500 weg und bei dem Handgeld und der Beratergebühr bei Webster waren es knapp 60.000 gut da muss ich mir gar nicht so eine Sorgen machen dann können wir spielen und ich hoffe dass jetzt nichts schief geht David Mailer hat man immer noch logischerweise bei uns ist nur Thompson nicht dabei Paul Clement ist noch Trainer noch 9 ich glaube ist 9 und letztes Jahr ist Reading auf Platz Platz 17 gelandet also nicht so gut davor Platz 20 also die Jungs sind vielleicht nicht mehr so gut wie man sie vielleicht irgendwann erwartet hat damals als sie noch Premier gespielt haben ist auch schon eine Zeit lang her wir haben uns ja viel angeschaut in der Vorbereitung deshalb ganz klar wer so spielen soll das wird dann Thorne im Tor wir werden rechts mit Rizzuto spielen links mit Imuru vorne wird Curtis spielen links außen Sabiri auf der 10 Uchan Doppel 6 wird Komponucci und Selalem wo sind denn die anderen Sabiris hier in Matchpraxis hätten wir ich noch ein bisschen besser pushen können das habe ich leider nicht so gut gemacht auf rechts nehmen wir McKay ok hier ist er und in der Innenverteilung dann Oscar Jill und Burgess und damit dann hoffentlich gleich ordentlich Punkte holen das wäre super super gut wir nehmen mit auf die Bank McManaman dann Cole äh Spiel Cole jetzt nehmen wir mit noch sieht es auch alles gut aus ne ja zwei Spieler sind momentan Spieltagskader die geliehen sind äh Ben Thompson wir nehmen Lee Brown mit Watmo kommt mit und dann vorne nehmen wir noch Abubakar Kamara mit auch sehr gute Story am Wochenende jetzt bei Fulham als er den Elfmeter weggeschnickt hat von Mitrovic und dann erstmal schön verschossen hat und Ranieri sich richtig schön aufgeregt hat völlig zurecht aber auch das wäre lustig wenn es im FM sowas geben würde der Typ würde halt nie wieder bei mir spielen und dann sieht es gut aus die ganzen Spieler hier sind eh nicht verfügbar weil es alle Probespieler sind und vielleicht haben wir sogar noch das Geld für Gary Hooper mal gucken mal gucken machen wir uns darüber gleich Gedanken ich glaube so könnte das klappen ich bin super gespannt wie die Jungs sich so machen werden und ja ab jetzt zählt es ne wobei ich nicht mal lieber Nathan mit an Chad Lee auf geht's super 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 gespannt wie es so laufen wird 433 bei Reading 4231 bei uns mit insgesamt ach das scheiße 1 2 3 4 5 6 7 8 neu zu kriegen ja komplett neues Team ne Jungs beeindruckt mich nehmen sie nicht ganz an das wird auch wieder ein bisschen dauern aber ich mache mir da keine großen Sorgen muss ich sagen Kapitän ja unter den Umständen das ist eine logische Wahl und sind los von dem Spiel Jungs ich möchte drauf aufs Spielfeld please also nicht ich selbst sondern halt meine Jungs aber please auf geht's habe ich hier alles richtig eingestellt nein super super gespannt wie es da läuft ich hoffe wir haben keinen unfassbar schlechten Start das wäre nicht so schön aber es sieht so aus als ob wir erstmal ganz klug spielen bisher keine Torchance in den ersten 8 Minuten Maite spielt bei Reading mittlerweile Joduri auch Reece Oxford wow Manone der Keeper der mal bei Arsenal glaube ich war und Sabiri mit einem Freistoß ins Tor 1-0 jawoll das ist mal ein Start das ist mal ein Start wunderschön Sabiri gemacht wunder wunder fucking schön geiler Freistoß ok Replays gibt es anscheinend nicht weil ich die ausgestellt habe äh oh ups ok so ne so sieht gut aus ups weißt du da steht da unten Wiederholungen sind drin und es werden keine gezeigt einfach nur weil wir den Filter haben ich gehe mal zurück auf vorsichtig hatten wir gerade keine Wiederholungen bei dem Testspiel ich habe da gar nicht drauf geachtet ups Reading macht oder probiert viel kommt zum Glück nicht so viel bei raus die greifen auch deutlich ausgeglichener an als unser Scout das meinte die meinten ja nur die kommen über die Flügel aber 37 25 25 38 sieht komplett ausgeglichen aus wir hatten bisher auch nur einen Schuss also der war zum Glück drin aber so muss es halt gehen als Aufsteiger anders geht es höchstwahrscheinlich nicht außer da ist wirklich viel Geld und das haben wir nun mal nicht im Gegensatz zu den anderen ich würde sagen im Gegensatz zu einem Drittliga Aufsteiger aus Deutschland haben wir schon wirklich sehr sehr viel Geld gehabt im Gegensatz zu den anderen hier definitiv nicht Jungs nicht selbstzufrieden werden nehmen sie fast alle an bis auf Sabiri da sage ich mal du hast mir gefallen bisher er hat gereicht Imuro muss aufpassen weil der Gelb hat kann ich ihm zufällig sagen dass er mal ein bisschen easy machen soll das wäre sehr sehr hilfreich so ist es und dann geht es los in die zweite Halbzeit wäre ja ideal wenn man gleich mit drei Punkten starten würde aber Redding die pushen definitiv richtig da würde ich jetzt noch lange nicht sagen dass wir hier eine gute Chance haben zu gewinnen auch wenn wir führen McKay ebenfalls mit Gelb generell auch unsere Offensive sehr sehr schlecht leider 6-5 6-4 6-3 6-5 bei Companucci also wäre halt das Tor von Sabiri nicht da würde ich mich tierisch aufregen McKay mit einem Freistoß kurz auf Saliucan das ist alles Taktik Rizzotto der sieht nicht gut aus Jill kann nochmal ablegen aber haut den Kopfball leider direkt auf das Tor von Vitor Manone ich glaube Vitor war es da hat man gepennt oben ist viel Platz schön von Burgess den kriegt er hier leider nicht da muss eigentlich Rizzotto aushelfen und ist alles blank und Thorne erst mit einer richtig richtig guten Parade aber dann haben sie trotzdem alle gepennt oh waren wieder auf den Außen offen Rizzotto Kompanochi Imuro ganz ganz schlecht leider verteidigt McKay ist hier Selalem da ja Rizzotto muss eigentlich hier stehen und eigentlich muss er hier beim Gegner stehen Burgess muss dann hier aushelfen Kompanochi könnte auch noch mal ein bisschen weiter nach hinten gehen und Imuro muss hier unten halt die Jungs abdecken wobei auch Sabiri mehr machen muss nach hinten ja und so war unten halt alles blank der Moos natürlich auch rein leider sehr schlecht verteidigt schade auch vorher dass Oscar Gill den Ball unbedingt aufs Tor köpfen musste und nicht etwa nochmal schön zurücklegen hätte können oder querlegen hätte können mit dem Kopfball McKay geht mal raus dafür kommt KK rein ich werde mal kurz die Rollen ändern unsere Außenverteidiger auf normale Außenverteidiger packen damit die ein bisschen weiter hinten bleiben ja Rutschan auch nicht so gut dabei wenn wir mal auf Angreifen packen vielleicht läuft es dann besser und Curtis geht mal von Pressen das Stürmer unterstützen auf Stoßstürmer Unentschieden wäre auch noch okay aber vielleicht hätte ich das gerade nicht sagen sollen Abubakar Kamada kommt rein oh please not oh das wäre so bitter oh scheiße ach man Jungs und es ist wer ist es denn Komponucci der wieder nicht gut steht ach man ey das Spiel leider gedreht von Reading ist das bitter aber wir haben leider auch zu wenig gemacht muss man sagen wir hätten viel viel mehr machen müssen im gesamten Spiel haben uns da leider nicht klug angestellt nervt mich nervt mich extrem gerade wir hauen nochmal alles nach vorne für die letzten paar Sekündchen aber logischerweise wird das wohl die Entscheidung sein ach man ey es wäre so schön gewesen hatten halt den perfekten Start aber haben es dann nicht über die Zeit gebracht drei Minuten gibt es noch aber das wird es gewesen sein naja inakzeptabel ein Spiel halt so aus der Hand zu geben auch wenn man eine Aufschläge ist und wenn man vielleicht nicht so einen krassen Kader hat wie Reading so gut waren die auch nicht die hatten halt zwei gute Torchancen und die beiden waren halt drin ach es war zu wenig Jungs es war einfach zu wenig Komponucci hat mir heute sehr missfallen ach man schade Stock City ist dann in der nächsten Folge der erste Gegner die jetzt gerade stockt noch gar nicht gespielt haben okay ach man Sieg wäre halt sogar drin gewesen ein bisschen klüger agieren nicht so viel Scheiße machen es wäre halt alles drin gewesen so ist es leider schief gegangen Webster kommt auch noch ja hätte ich vielleicht früher die Außenverteidiger auf normale Außenverteidiger packen sollen oder gleich damit starten sollen aber ich will halt auch ein bisschen was vom Spiel haben ne oder ich sollte vielleicht doch ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen ein bisschen destruktiver vielleicht das Spiel angehen für den Gegner damit er halt nicht so oft nach vorne kommt oder nicht so viele gute Chancen sein ich weiß es einfach nicht ist so so schwer ich möchte halt auch mal ein bisschen mein Fußball spielen ich möchte jetzt die ganze Zeit immer viel für zwei Anti-Fußball spielen wo die Ball nur nach vorne kloppen das möchte ich dieses Jahr nicht so Pontus Dahlberg kommt auch da habe ich absolut keinen Bock drauf so unser Budget sieht immer noch gut aus das heißt wir könnten sogar noch einen der Offensiven holen wenn wir denn Bock hätten Ben Arthur wird es nicht Jaddy auch nicht es wird nur noch entweder Gary Hooper oder Mattie Taylor oder gar keiner je nachdem für wen ich mich jetzt hier entscheiden kann wenn ich mich entscheiden kann das ist halt alles so unfassbar nah beieinander aber ich glaube wenn dann würde ich schon Mattie Taylor nehmen einfach weil der weil das Attribut für Mut relativ gut ist und weil mir die Ausdauer und die Balance mehr gefällt sonst sind sie ja fast gleich auch die Distanzschüsse sind glaube ich nicht so wichtig wobei passend bei Gary Hooper etwas besser ist das könnte ganz schön sein was sagt denn der Bericht hmm Sprunghörer habe ich jetzt glaube ich gar nicht drauf geachtet 8 und 9 ja ist halt bei beiden nicht so überragend 10-12 Kopfballtechnik ich nehme Mattie Taylor wenn dann der gefällt mir eigentlich ganz gut aber er möchte jetzt 10.000 haben ne also hm ich glaube über 8,5 werde ich mir nicht holen probieren wir es mal echt wenig mal schauen ob es klappt so Berater möchte ja immer viel haben wahrscheinlich 20 Tore bekommst du 27,5 wenn wir jetzt hier viel mit Klauseln arbeiten dann könnten wir da auf jeden Fall was hinkriegen 25.000 bei bei dem Klassenerhalt wir machen 3000 pro Tor und Ersatzspieler 650 Länderspiele wirst du keine machen kriegst du trotzdem 4,5 dann Team des Jahres wir am besten einfach alle Klauseln reinklatschen die wir haben einfach nur damit es klappt 40.000 Torschützen König Premier können wir ruhig sehr hoch lassen weil die wirst du definitiv nicht erreichen 50.000 dann Championship Titel machen wir mal 65.000 Ausstiegsklausel bei Abstieg 0 wenn du 25 Tore gemacht hast kriegst du dann nochmal 26,5 und nach 5 Länderspielen bekommst du dann 22.000 da gucke ich aber lieber vorhin nochmal nach ob er nicht eine andere Nationalität hat und die hat er nicht so mal gucken er möchte 10.000 haben wie wäre es denn mit 6,2 6,2 6,2 würde er annehmen ich glaube das wäre in Ordnung ist halt nicht viel Geld und man hätte immer noch eine dritte Option als Stürmer und im schlimmsten Fall hätte man noch die vierte Option dann mit KK der dann vorne drin spielen könnte und so haben wir dann einen ausgeglichenen Kader also gute Tiefe würde ich sagen sogar hätte alles ein bisschen besser sein können logischerweise aber hey was soll man da großartig noch machen also ich meine wir sind Aufsteiger wir haben jetzt auch nicht so viel Geld gehabt besser geht wahrscheinlich immer aber der Grundstelle der ist in Ordnung glaube ich jetzt versuchen halt nicht abzusteigen am besten am besten schnell und die ganze Zeit wird halt scouten, scouten, scouten ganz viele Jugendspieler scouten und dann langsam aber sicher einen guten Kader zusammenbasteln Gary Hooper hat ein Angebot von Cincinnati bekommen aus der echt was ich echt ich spiele jetzt schon MLS echt Cincinnati MLS Tatsache weil es ist ja hardcoded im Spiel drin waren die ganzen dazustoßen wie sieht denn jetzt die MLS eigentlich aus dürfte nicht langsam ein bisschen überquellen wir können gar nicht gucken es sind 24 Vereine echt doch nur ok weil die spielen ja auch ne Eastern und Western Conference erstmal und ich glaube dann Playoff ne so so typisch USA mäßig gut ist ja auch ein großes Land also ist ja klar möchtest ja nicht jede Woche da von einem Ende zum anderen Ende fliegen das wäre ja ein bisschen scheiße ich habe keine Ahnung MLS wird wahrscheinlich eine richtig geile Liga sein aber ich traue mich da nicht hin muss ich ganz ehrlich sagen wegen der ganzen Regeln da musst du dich halt wirklich wahrscheinlich erstmal reinfuchsen was wahrscheinlich auch gar nicht so schwer ist aber wenn du da einmal halt die ganzen Regeln ansiehst dann denkst du dir halt ok ok holy shit holy shit holy shit was ist das alles denkst du dir da so weshalb ich da noch nie hingegangen bin obwohl ich schon richtig Bock hätte man kann die Regeln gar nicht sehen wenn man die nicht drin hat aber ich habe auch schon oft gelesen wenn man wirklich sich das einmal durchgelesen hat verstanden hat dann denkt man sich ja easy und kriegt das hin und das bestimmt eine lustige Liga dann aber bisher hat es noch nicht gerecht aber vielleicht mache ich das dieses Jahr noch oder nächstes Jahr also nicht im FM Let's Play ich glaube das ist dann nicht so interessant aber naja gut so wir haben gerade gesehen Gary Hooper ist zu Cincinnati gegangen und wir müssten noch registrieren und zwar ach Dahlberg ist unter 23 umso besser wir müssen jetzt nur noch auf Matty Taylor warten und würden dann schon mal Dennis und Maloney reinpacken die sind ja alle nicht Jungs warum seid ihr denn alle so alt das kann doch nicht euer Ernst sein könnt ihr mal ein bisschen jünger werden oder so wieso ist Peter Juring bitte ein Jugendspieler während Maloney nicht Trainer ist äh Trainer Jugendspieler ist ich würde sagen die bieten wir alle mal nochmal fix zum verkaufen ach Quatsch das sind nur ein paar 100 Euro dann nehmen wir nur Dennis und Leon Pittman mit die wir registrieren noch bei Pittman müssen wir nicht registrieren nur Dennis da hat er sicher nicht verkauft und diese sind ja alle unter 23 deshalb müssen wir die nicht registrieren so Louis Dennis 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 aber ist sogar registriert umso besser dann sollte das so passen aber ich würde gerne noch haben eigentlich dass der Kollege Matty Taylor jetzt noch kommt ich hoffe der darf noch ne der darf ziemlich sicher noch bis lange nach 17 Uhr weil ist ja ablösefrei oder steht irgendwo in den Regeln wahrscheinlich drin ich bin jetzt aber zu voll nachzugucken weil er jetzt eh noch rechtzeitig kommen wird Dankeschön so Budget angeglichen und dann ist unser Kader jetzt fix und das am letzten Spiel am letzten Tag der Transferphase ach wie ich das hasse wenn man so lange braucht ich möchte das alles eigentlich immer zum 1. Juli fertig haben aber dieses Jahr ging es halt nicht weil wir auch so lange warten mussten und um zu wissen ob wir nun da oder da spielen und ja ab jetzt wird richtig viel gescoutet ganz viele Jugendspieler und dann haben wir hoffentlich nächstes Jahr ein paar saugeile Talente drin die uns enorm helfen könnten mein Saisonziel ist es halt wirklich schnellstmöglich den Abstieg zu verhindern dass wir ganz schnell die nötigen Punkte bekommen aber es wird sich wahrscheinlich ziehen und es wird sehr sehr schwer werden Matty Taylor welche Rücknummer bekommst du? du kriegst die ja 19 Louis Dennis bekommt die 38 und Dahlberg bekommt die 42 müssen Matty Taylor noch registrieren das dürften wir jetzt auch machen können Matty Taylor ist drin Deadline Day ist dann auch schon abgeschlossen Hazard war der teuerste Regie ging zu Bayern ablösefrei in der die ging zu United für 68 Millionen die meisten Spieler hat sich All-Time Athletic geholt mit 17 und United hat nur wieder Splash the Cash gemacht und das meiste Geld ausgegeben für insgesamt drei Spieler 2,2 Millionen hat man nur einen genommen Rashford zu Milan was Kamacho auch zu Milan auch per Laia Dalot zu Genoa alter holy fuck Marseille hat sich Fred gegönnt per Laia was sie sich alles gegönnt haben Junge, Junge, Junge so was haben wir noch so in der Championship hat Fulheim am meisten ausgegeben mit 36,5 und wir die meisten Spieler geholt warum sind wir denn bitte hier dann nicht achso, weil es 17 waren sorry Bertrand zu Aston Villa 25,5 Inks zu Southampton 20 und Mitrovic zu Palace 20 und wir haben mit Abstand mit mini mini bisschen Abstand die kleinsten Gehälter beziehungsweise die niedrigsten Gehälter 170.000 zahlen wir die was echt, wir zahlen nur so wenig echt jetzt es kamen wir deutlich mehr vor aber es stimmt und es ist nochmal deutlich hochgegangen vorher waren es 61.000 krass aber was für eine Kluft ne 170.000 die Woche und es ist auf Emden dann halt so 1,2 Millionen die Woche ganz easy selbst Barnsley 30.000 mehr wobei man auch sagen muss wir haben wirklich einen sehr 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 strammen Kader also da ist wirklich alles richtig richtig eng in diesem Kader es sind 24 Personen im Kader und so ist das dann halt aufgezeilt wobei Matty Taylor hier noch fehlt so KK ist eher links und hier unten immer noch Webster hier raus ja so sieht unser Kader aus für dieses Jahr jede Position doppelt besetzt einige sogar dreifach aber ich bin eigentlich jetzt so im Nachhinein ich glaube ich bin ganz zufrieden mit dieser Transferperiode wir hätten mehr rausschlagen können ganz klar aber dafür dass es lange Zeit lang nicht klar war in welcher Liga wir spielen am Anfang es hat sich ja erst am letzten Spieltag entschieden und dafür dass wir dann halt auch nicht so viel Geld hatten wie die anderen weil ihr seht ja unser Transferbudget ist wirklich komplett ausgegereizt wir haben fast nichts mehr und dann halt mit der Information die wir hier haben bin ich eigentlich ganz zufrieden und ja mal schauen wie es dann so läuft nächste Folge geht es dann weiter gegen Stoke dann haben wir Liga Alltag hier haben wir noch den Karabao Cup gegen Doncaster Rovers mal gucken also es wird eine lange Reise werden wieder bin gespannt was wir da sowohl erreichen können und ich hoffe dass wir besser spielen können als gegen Redding die nächsten Gegner werden alle schwieriger Stoke wird sehr schwer glaube ich Redding war jetzt hier in der Auflistung auch noch auf Platz 11 Stoke ist auf Platz 2 mal gucken wird richtig schwer aber wir stellen uns eine Herausforderung und werden dann ab der nächsten Folge richtig loslegen wir sehen uns bei der nächsten Folge dann wieder am Montag und bis dahin Tschö bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal